Willkommen zurück bei Dying Light. Ich habe den URF-Haken jetzt ausgerüstet und können uns auch schon auf den Weg zur Universität machen. Und um zu demonstrieren von Krain? Troy hier. Copy. Was ist es, Troy? Savvy hat eine Idee, wie durch die Radio-Jammung und kontakt mit dem anderen Welt. Er wird auf das arbeiten, während du dich beschäftigst, für Jade. Ich werde in Kontakt. Und, wenn ich mich für eine Angelegenheit mache, Diese Idioten... Ich wollte eigentlich schauen, ob ich das Paket holen kann, aber okay. Dann überlasse ich die Kollegen hier im Schicksal. Die nehmen auf jeden Fall überall JRE-Pakete rum. Ja, ich denke, ich werde mit den Kollegen so mordeln. Woa! Ich bin hier, mach das! Gott, verdammt! Jetzt bist du einfach mal. Woa! 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 Das ist nicht vorbei! Okay, das dauert schon viel zu lange hier. Der Kollegen hier sind scheinbar auch ein bisschen größer. Hat es dir in der Mannheim gebeten? Keine Belohnung? Ah, da ist auch schon die Uni. Mit wem? Ein Händler, sehr gut. Eine Spitzhacke? Äh, erstmal verkaufen wir den ganzen anderen Krempel. Brauche ich alle nicht. So, die macht 244. 262. Dann kaufe ich die eventuell. Ja. Nehmen wir die noch mit rein. Die upgraden wir natürlich auch noch. Was haben wir? Titan für die Haltbarkeit. Zerstörer. Und ansonsten haben wir nichts. Schauen wir mal. Mehr Wucht. Bluten und Gift. Bluten und Gift. Das passt erstmal. Dann sprechen wir mit dem Fidan. Schauen wir mal. Hey, 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 hey. Kannst du mir helfen? Wir suchen eine junge Frau, dunkle Haare, petite. Keine Haltbarkeit. Keine Haltbarkeit. Ihr Name ist Jade Aldemir. Ja. Sie war hier. Sie hat sie nicht zu viel missen. Sie hat eine lange Zeit gewartet, mit einer großen Haltbarkeit auf ihr Gesicht. Und dann hat sie rief. Gott sei Dank. Sie hat sie gesagt, wo sie ging? Nein. Aber du hast eine Kräne, oder? Sie hat das für dich verlassen. Das ist eine Haltbarkeit. Warum hätte sie mir das verlassen? Nun, ich kann es sicher sagen. Aber sie hat mich gefragt, dich zu erzählen. Nicht wieder. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendwie verständlich. So. Ich überlege gerade. Ich nehme noch den Quests einfach mal. Das ist das. Maybe I'll do that. Da geht's so raus. Da ist noch ein Paket. Irgendeiner oben hat noch eine Quest, wie es aussieht. Jade, this is Quaine. Do you copy? Jade, can you hear me? Nothing. Troy, this is Quaine. Do you copy? Quaine? I was just about to contact you. Sally broke through the jamming and... I think you better get back here. You have to see this. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, alright? I'm serious. Craine, I'm Mort Norris. Watch and... So, wir nehmen sie noch an. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Okay. Was zur Hölle. Oh nein! Das ist ein Zweihänder. Den will ich natürlich nicht. Das ist auch ein Zweihänder. Das war natürlich sehr clever, dass ich alle anderen Waffen weggehauen habe. Dann muss ich noch mal zurück. Das war nicht so gewollt. Kostet mich jetzt unnötig Geld, aber... Okay. Gut. Das war mein Fehler. Jetzt habe ich natürlich auch die Upgrades alle verschossen. Ja. Dann... Hauen wir da... Wenigstens gibt es noch Feuermod drauf. So, jetzt aber. In welche Richtung war der Turm? Oh. Das war... ... ... ... ... ... ... ... Wow, keine Ahnung ob das so gewollt ist vom Spiel, dass es geht, aber das war auch sehr knapp. So, wieder auf den Turm Hall. No matter how many times I watch it, I still can't believe it. An internal global relief effort document surfaced today that, if verified, implicates the GRE in a far-reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it and sell it to the highest bidder. Worldwide backlash has... No, no, skip to the important bit. I was the last survivor left in the quarantine. I can't believe I made it out. I can't believe I'm still alive. We mourn all those who didn't survive, but as the President said in the speech here earlier today, life is for the living. Military troops have searched for survivors all over the quarantine, but now there's no one left besides the infected. According to Colonel Tanner, once his decontamination process is finished, the infection will be completely obliterated. The Ministry did this. They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city. Look, Crane, before you go charging out of here, we already had an idea of how to send a message. We were going to plant explosives in a building and set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, we got the runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade and everybody else are going to get blown to bits. I tell Michael I'm on my way. And while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. Okay. So, in the right direction. There we go. Then we are going to... ...to be there. ...to be there. ...to be there. ...to be there. That was a flare nearby. We'll bet someone ran into a group of bandits. ... 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 Das ist gut. Das ist gut. Meine Güte. So, ihr Lieben, dann muss ich wohl doch da runterkommen. Wollt es ja offensichtlich nicht anders. Händler! Oh, der hat aber auch nur die Zweihand-Sachen. Vielleicht kann ich was verkaufen? Ja. Jetzt muss ich nämlich wieder sparen. So, wenn wir schon hier sind, das ist eine Safe Zone. Just help to feed, that's all that matters. Oh, das ist eine Safe Zone. Oh, das ist eine Safe Zone. Oh, das ist eine Safe Zone. Ah, hier. Oh, shit nein. Oh, das ist eine Safe Zone. Oh, das ist eine Safe Zone. Oh, das ist eine Safe Zone. Also warum, bisschen im Anzug durch die Kante rennen. Oh, shit. Ich wollte eigentlich mit dem Grappling-Hook noch ansetzen, aber das hat nicht funktioniert. Da war ich ein bisschen zu übermütig. Gut, dass ich das Safe Zone hier gerade gesichert habe. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was ist das? So, schauen wir mal. So, jetzt frische Luft. Leider weniger frisch. Und wieder Kanalisation. So, aber das mache ich in der nächsten Folge. Denn das wird auch, denke ich, wieder ein etwas längerer Abschnitt. Bis dahin. Ciao. What the?